Der Farbenstreit zwischen Newton und Goethe, kurz erklärt. Newton schreibt seine Optik über das Licht und hat ungefähr dieses Bild bei seinem Experimenten und behauptet zu sehen oder interpretiert es so, dass das weiße Licht der Sonne in das Prisma fällt. Dort bricht sich das weiße Licht und fächert sich auf in diese Regenbogenfarben. Goethe macht das gleiche Experiment 100 Jahre später und sieht auch dieses Bild und erkennt, dass Newton falsch geguckt hat und dass die Farben sich nur an den Kanten zwischen Helligkeit und Dunkel bilden, wie hier zu sehen ist. Und zwar gibt es zwei Spektren, Gelb-Orange und Blau-Hellblau. Und nur, sagt Goethe, in dem Spezialfall, dass dieser Schlitz sehr dünn ist, durch den das Licht fällt, dann berühren sich die beiden Spektren und es mischt sich das Grün aus dem Gelb und dem Blau. Newton hat gesehen, wie hier das Grün schon rauskommt und es sich auffächert und Goethe hat gesehen, das stimmt nicht, er hat falsch geguckt und die Schlussfolgerung von Goethe ist es, dass die Voraussetzungen für die Farben sind Helligkeit und Dunkelheit. Bei Newton ist es nur das Licht. Wenn du mehr über die Farbenlehre von Goethe erfahren möchtest, andere Experimente sehen willst, gibt es die hier auf dem Kanal oder auf unserer Website. Guck einfach in der Beschreibung von dem Video. Bis dahin!